Moin Leute und damit herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich stelle euch heute den Peer Punch von Holzer vor. Was soll das ganze sein? Es soll Birne sein, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Naja, die Loco steht schon mal bereit. Den Koffer bauen wir gleich. Gehen wir kurz mal zum Geruchstechnischen. Also geruchstechnisch ähnelt der, also vom Geruch her kommt er an die Birne ran. Es gibt zwei, sag ich mal, Geschmacksrichtungen von der Birne. Einmal die Reife, die wo etwas bitterer, etwas härter, sondern die Überreife, die wo weich und süßlich ist. Geruchlicher ist es eher bei dieser harten Birne, aber Tendenz zu der etwas überreifen. Naja, wir bauen jetzt erstmal einen Kopf. Ich lege Kohlen auf und dann probieren wir mal das ganze Ding. So, da sind wir wieder. Kohlen Ding ist schon drauf. Ich habe mal ein bisschen angeraucht das Ding. Probieren wir mal. Geschmacklich, was das Ding so hergibt. Also geschmacklich ist es eher in die normale Richtung von der Birne, also nicht in der Überreife, wo wir wieder richtig süße, sondern schon etwas bitterer. Hat so einen leichten, bitteren Geschmack auf der Zunge mit. Aber versteckt sich auch noch schon so ein kleiner, süßlicher Touch. Und ja, also kurzes Fazit zu dem Peer Punch. Ich würde meinen, es ist ein definitiv solider Birnentabak. Ich weiß es auch nicht genau, wie schwer es ist, Birne mit zu treffen, aber weil es ja nicht in so viel mit drin ist, würde ich meinen, es ist etwas schwieriger gehalten. Ja, bin ich mal jetzt sicher, ich kann jetzt auch noch so viel Scheiße lauern. Aber soweit, ich würde meinen, sie ist sehr solide. Zum Beimischen ist sie bestimmt ziemlich, ziemlich nice. Werde ich mal ein paar Mischungen mit ausprobieren. Und ja, das war es von diesem ganz schnellen und kleinen Review. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Sayonara.